Digger, bist du ein bisschen bereit für den? Wie gehts dir das heute? Bisschen fertig, ne? Glaube ich, Alter. Wir hatten Klausurtagung, zwei Tage und gestern 4.45 Uhr aufgestanden. Wer mich kennt weiß, ich fange so gegen halb neun das Arbeiten an normalerweise. Und da ich im Homeoffice arbeite, fahre ich eigentlich quasi aus dem Bett, robbe mich in Embryostellung weinend zum Schreibtisch und arbeite dann. Also ich bin ja im Homeoffice von dem her. 4.45 Uhr war übel. Und ja, heute 8 Uhr Flieger nach München von Köln aus. Auch herzlichen Glückwunsch. Ach, das war komplett alles an einem Tag oder was, Alter? Ja, gestern und heute. Also zwei Tage. Gestern übernachtet, schön Steak gegessen. Ich kann nur der Ash empfehlen an der Köln-Messe, was für ein geiles Fleisch. 350 Gramm Rinderfilet-Steak. Aber, Leute, ohne Kohlenhydrate, nur mit gegrillten Spargel und Salat, ne? Hahaha, Digger. Stimmt, wie gehts euch, mein Lieben? Ja, man kann übrigens Eis hier nicht alleine lassen, ne? Weißt du, ich lasse dich skandalen, ich gehe einmal zu einem Geburtstag. Lass mich einmal richtig schön vorlaufen. Und ich komme zurück. Sex-Skandal. Hey, CWC-Skandal. Dann bei mir auf Instagram-Skandal. Turkelton, Mike, also Corneli Turkelton. Also was ist da los? Eben gerade noch ein Skandal dazugekommen, den ich überhaupt gar nicht erwähnen darf, Alter. Okay. Der kommt morgen, der kommt am Samstag in den News. Ne, der darf gar nicht online kommen, Alter. Okay. Wir reden davon nicht. Lass uns doch mal mit meinem Skandal anfangen, oder? Mit Turkelton, Corneli. Also... Ja, ey, genau, was war das? Ich habe ja letzte Woche schon erzählt, dass da jemand eine Hetzjagd auf dich gemacht hat. Habe ich ein bisschen groß, karätig angekündigt. Und auf jeden Fall habe ich dann noch direkt ein paar Nachrichten bekommen, was da los ist. Ich so, wartet ab. Erzähl mal, was war da los? Also, ich kann nur mein Instagram empfehlen. Wir sind ja kurz vor 1000. Also Mr. Turkel in Instagram, ne? Lohnt sich für Angler total. Das letzte Angelbild ist von... 68 Wochen. 69 Wochen. Ich muss gucken, ich glaube, es ist sehr lange her. So 38 Wochen. 38 sogar, okay. Also das ist ein richtiges Instagram-Profil für Angelfans. Ist mehr so ein Unboxing-Channel oder Fitness-Channel. Also du musst schon scrollen mit einem normalen Full-HD-Bildschirm. Petri zum Fisch, den du da gefangen hast, Alter. Ja. 49er Zander. Und ich habe ja diese Fanghandschuhe von Fisch-Explorer. Bist du denn das war... Ja, ja. Weil ich ein Anfänger bin, Leute. Ich will halt den Fisch nicht zweimal auf den Boden knallen lassen. Deswegen bin ich der Meinung, ein nasser Handschuh, das wird mir später gesagt, der ist nicht nass. Der ist dunkelgrau im Wasser. Also ein feuchter... Also es läuft so. Wenn du so ein dummer Angelfanfänger bist, nicht wie so ein Corneli, der die raussprengt oder so oder rauszieht aus dem Wasser, sondern ich mache das ja blöd, da war meine Frau auch dabei. Das heißt, wir haben so einen riesengroßen Kescher für solche kleinen Fische, die ich fange. Ist super, von Zeg, ne? Rein in die Olga. Und dann raste ich erst mal aus. Freue mich, dass ich meinen ersten Zander gefangen habe. Und während dieser ganzen Zeit bleibt der Zander übrigens im Wasser, in dem Kescher. Weil du ja erst mal Scale rausholen musst und Scheiß und dies und jenes und erst mal Handy holen. Und deswegen lässt du den im Wasser schwimmen, dass der atmen kann. Weil Fische atmen durchs Wasser. Nicht, wenn man sie über den Kopf schleudert. Also im Wasser atmet er weiter. Und dann brauche ich so... Er hat gesagt, ich kann das nicht. Also ich brauche ungefähr so 30 Sekunden bis eine Minute für Schmessen, kurz Bild machen und rein. Weil wenn du es vorbereitest, dann bleibt der Fisch auch nicht fünf Minuten draußen liegen. Das hat er mir nicht geglaubt. Er hat gesagt, ja, das ist irgendwie so ein Krustenzander. Also Leute, wenn ihr mich haten wollt, dann macht das, mir ist das egal. Also ich weiß, was ich gemacht habe. Ich weiß, wie ich mit dem Fisch umgehen kann. Wir knüppeln alles in München kaputt. Was war denn die Kritik jetzt? Hast du den Zander in Dreck geworfen oder was? Also was ist die Kritik? Warte mal, ich muss da ganz runter scrollen, weil es sind ganz viele gute Kommentare und dann kommt irgendwann das. Das Fischhandling von Mike Canelli kritisieren. Aber einen panierten Zander auf trockener Scale mess und mit Landerhandschuhen präsentiert ablichten. Danke dafür. Experten am Werk. Also ich wollte dir sagen, IC, du musst da ein bisschen Spendengelder abgeben, weil ich bin jetzt Mike Canelli. Also ich werde verglichen mit einem der größten Angler auf der Welt. Und ich mache das hier gratis. Was ist da los? Also eigentlich müssen wir mal ein Honorar reden, wenn ich der größte Angler bin. Also man vergleicht mich mit Mike Canelli. Das finde ich schon groß. Du bist schon Pro, Alter. Du bist schon Pro. Ist schon geil. Ist schon ein bisschen geil. Und vor allem, ich erwähne jetzt absichtlich nicht den Nick. Man kann ja gucken, aber ich brauche jetzt hier nicht noch Werbung machen. Er ist auf jeden Fall ein, ein, wie sagt er? Ich weiß nicht, ob er Profi von sich sagt. So, ich habe geschrieben, Scale war im Wasser, mein Lieber. Und Nasse Lande-Handschuh. Natürlich ein Herzchen. Man sieht es auch. Und die Scales von Hecht und Barsch, die kannst du viel ins Wasser legen, wie du willst. Da bleibt jetzt nicht irgendwie eine Wassermasse hängen. Aber das Ding ist grundlegend halt feucht. Ich muss zum Kind. Ja. Ich mache mal weiter, oder? Wir schneiden nicht. Wir gehen durch. Ich erzähle schon mal. So. Das heißt, inklusive schnellstens Wasser zurücklegen. Bei Untermaß, ich war 49. Ich muss zurücklegen. Bayern 50. Das Ganze hat keine drei Sekunden gedauert. Ich habe den Fisch wieder angebrüllt, noch über meinen Kopf geschwungen. Also bitte kein Army-Vergleich. Wir haben auch schon das Skandalchen mal durchgesprochen. Also wie gesagt, er regt sich halt auf. Und ich liebe immer Leute, die folgen, wie folgt, kommentieren. Ähm. 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 So. Erst. Jetzt kommst du mit 30 Sekunden nicht hin. Zweitens sieht eine nasse Scale ganz anders aus. Stimmt. Die ist unter Wasser. Lande-Handschuhe sind zudem hauptsächlich dafür gedacht, um Verletzungen beim Handling von Hechten zu vermeiden. Weißt du, was mich nur irritiert? Dass der Profi nicht gesehen hat, dass sie im YPC auch zum Teil Fanghandschuhe für die Basses haben. Ich glaube nicht, dass der Bass sich an der Hand verletzt. Und weißt du noch, als ich dachte, dass die Scale von Big L auch trocken war, aber war sie ja gar nicht. Ja, also wie gesagt, wie mache ich das? Ich bin ja YPC-Nachmacher. Ich kescher den Fisch mit Scale drin. Jetzt kann man sich darüber unterhalten, ob das so gut ist, ob der Fisch nicht mehr verletzt wird und so weiter. Blablabla, alles ist falsch, aber die Scale war nass, Kathi war dabei und ja, ich brauche 30 Sekunden zum Messen und zum Fotografieren. Warum? Weil ich halt meinen Fisch mit dem Kescher ins Wasser lege, dass der da entspannt drin rumschwimmen kann, bis ich halt Handy und alles vorbereitet habe und dann, zack, schnell zeigen, auf die Scale, releasen, fertig. Ja, also, schwierig. Ich finde es halt immer nur geil, wenn dann steht, ähm, blablabla, äh, bitte in Zukunft erstmal in die eigene Nase fassen und den eigenen Wissensstand, sowie daraus resultierende Handlungen hinterfragen, bevor man sich das Maul zerreißt. Für mich ist an dieser Stelle Ende der Diskussion. Ich finde es aber gut, wenn Leute die Diskussion beenden. Ich finde das mal geil, dass Expertise so, äh, dein, dein, dein Profil aufsucht, 300 Jahre Scroll, das ist wirklich so, wer sucht, der findet oder will finden und, äh, hat sich dann da irgendwas von irgendeinem Foto... Er hat ja nicht so viel Auswahl gehabt. Ich glaube, ich habe auf Instagram drei Fische. Hast du noch dein Rotauge auf der Scale? Ich hätte eher das genommen, wenn... Ich weiß das gar nicht, doch... Warte, ich hab... Ich, 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 ich... Also, also, also der Zander. Dann haben wir Wochen später die Forelle, die sofort abgeschlagen worden ist. Junge, Junge, du, Forellentöter. Ja, natürlich. Lecker. Jam, jam. Ich habe schon gesagt, ich bin, ich bin Kochtopfangler. Ich angle, ich angle aus Leidenschaft, um zu essen, ja. Also, ich, ich war gerade frisch im Fisch, deswegen haben wir mit Angel angefangen. Und dann der Hecht. Aber da konnte er nicht meckern, weil, weil das war auf einer Abhackmatte. Man sieht, das ist alles schleimig und das mit der Bravestar-Matte. Also, er hat halt einfach Schwierigkeiten bei drei Fischen auf Instagram. Ne, vier. Vier, es sind vier. Es sind vier. Ich habe, ich habe, ich habe an beiden, an beiden Turnieren habe ich jeweils Forellen gefangen. Also, wie gesagt, ich habe, ich habe es zum Chat gesagt, sie sollen sich auch nie irgendwie mal ärgern. Das ist Instagram. Wenn ich mich über alles... Also, ich habe andere Probleme, in meinem Leben, als Instagram-Kommentar. Nice, Alter. Ja, ja, ja. Das ist gut. Ja. Egal. Egal. Aber wir haben noch ein ganz anderes Dilemma. Kommt mit dem Ding-Skandal. Ja, ein anderes Dilemma, was wir hier haben. Da hast du dich als erstes mit beschäftigt und das ist das Dings-Card hier. Also, um die Leute ein bisschen abzuholen, die nicht all deine eigenen News gucken. Das Dings-Card-Dilemma. Genau. Also, bei YPC Bank ist es ja immer so, dass das Profi-Angler angeln dürfen. Also, auch von Teams gesponsert werden und so weiter. Und diesmal hat man ganz große Aktionen gemacht. Und da gleich Disclaimer, weil alle auf Hecht und Barsch losgehen. Und wie gesagt, wir kritisieren gerne Hecht und Barsch. Wer unsere Videoserie kennt, weiß das. Aber hier können sie nichts dafür. CWC, die Angelfirma CWC, hat eine Wirecard zur Verfügung gestellt. Das heißt, sie zahlen das Startgeld erstmal ohne einen Profi-Angler dafür auszusuchen. Und da haben sie gesagt, ihr liebe Community, wir suchen hier jemanden aus der Community, der für uns CWC angelt, sendet Bewerbungsdinger, haben viel Werbung gemacht, Hecht und Barsch hat das groß angekündigt, auch im YPC Bank und haben dafür Werbung gemacht, dass CWC aus der Community jemanden sucht, der natürlich auch angeln kann. Ich habe mich gar nicht erst beworben, weil das hätten wir alle gern gesehen, aber ich glaube, CWC hätte danach keinen Köder mehr verkauft. Oder sie hätten super viele Köder verkauft, weil ich was damit gefangen hätte und die dann gesagt hätte, der Vollidiot kann nicht mal cashern. Wieso fängt der Fisch? Die hätten nicht die Köder unboxen lassen, damit die die dann angeln können, Alter. Richtig, richtig. Wir wären am See, hätten wir angefangen, die Dinger zu unboxen. Also solche Leute wie ich sollten sich da nicht melden, aber es war schon, du sollst da schon ernsthaft da was hinschicken. Es gab auch eine Jury und alles. Und ich habe mir gedacht, nachdem ich ja die letzten Wochen immer sehr auf Hecht und Barsch draufgehauen habe, habe ich gesehen, Facebook kommt, kommt, ist eine sehr nette Frau. Ich habe mir auch ihr Angelprofil angeguckt. Die kann auch was. Hat mir wirklich gut gefallen. Schreibe ich drunter, so in etwa. Sehr gut, freue mich. Toll, dass man sich so eine Anglerin angeguckt hat. Schaut ihr Instagram-Profil an. Das sieht richtig gut aus. Da wir schon oft in den Kommentaren gesehen haben, dass ich nicht richtig gucken kann und Details manchmal nicht sehe, wie Eiseher für das Eiseher da, Details und Fachkompetenz, habe ich nicht gesehen, dass sie ein gewisser Pro-Stuff war. Habe mir aber auch nichts dabei gedacht. Habe gratuliert. Dann gehe ich auf die tolle Plattform Instagram. Im Facebook war auch nichts Negatives gestanden. Gehe ich auf Instagram und denke mir so, oh scheiße, Turket, warum hast du überhaupt was geschrieben? Jetzt kriegst du dafür wieder auf den Sack, dass du das unterstützt. Auf Instagram ging der Shitstorm los. So richtig. Betrug beim, beim WPC Wildcard. Verarsche. Was soll das? Hecht und Barsch. Holt mir ein Kreuz und ein paar Nägel. Wir hängen Toni auf. Also richtig schlimme, fiese Kommentare auch zum Teil. Und dann denke ich so, was haben sie denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Das sah doch jetzt alles gut aus. Dann kommt raus, dass die Frau beim Everett Osterm im Team ist. Also der, der sonst für CWC, du sagst, wenn ich was Falsches sage, bei Everett sozusagen im Team ist. Und die haben alle gesagt, und dann hat auch Toni dann kommentiert, ja, ja, CWC wusste das nicht. Und dann kommt der Nächste auf Instagram, und dann sagt, naja, warum hat dann der Leiter irgendwie oder der Chef oder irgendjemand Hohes die ganze Zeit ihre Bilder geliked? Und warum sagen die, Everett kennt sie nicht, wenn Everett zum Teil als Fotograf in den Instagram beiträgen war? Also ein komplettes PR-Desaster, wo du da stehst und dann denkst du, lass doch bitte einfach Hecht und Barsch in Ruhe. Natürlich haben sie dafür Werbung gemacht, aber hängt jetzt mich und IC auf, oder hängt die IC auf, wenn ihr euch jetzt einen Köder unboxst und dann kommt raus, keine Ahnung, dass der Köder explodiert. Das war ganz dumm. Also da kann ja auch IC nicht dafür, der hat es ja nur beworben und so ist es bei Hecht und Barsch auch. Von CWC ist es halt absolut Grotte. Und es kommt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob die Kommentare noch da sind, so ein bisschen raus, dass Hecht und Barsch sogar gesagt hat, so, ähm, es könnte zu Problemen führen, wenn wir sie nehmen. und CWC, so ist uns egal. Ist uns, also, ich, ich, ich widerspiegel jetzt alles, ich habe die Kommentare, die sich vor mir so, so im Gedanken liegen, so ungefähr war das und ich möchte einfach nur hier eine Lanze, vielleicht um Barsch sprechen, hört auf sie zu haten, die können doch dafür nichts und der VPC kann dafür auch nichts. Wenn der IC sagt, er macht der IC denn Valkart und komischerweise gewinne ich die, will ich ja auch sagen, hm, komisch, dass der Tim dann da hingeht. also es macht halt für C, also aus meiner Sicht, bin gespannt, wie du es vielleicht siehst, IC, ich finde es halt echt komisch von CWC, also ich habe mir immer das Gefühl, dass die irgendwie alle keine Ahnung vom Marketing haben, also wenn du deine eigenen Gewinnspiele gefühlt gewinnst, so in etwa, das hat doch immer ein komisches Ding. Überleg mal, du machst, du machst ein Raffle und ich gewinne, das ist doch immer ein bisschen komisch, oder? Wenn, wenn, wenn dein Stuff irgendwie, auch wenn dein Stuff des Unterteams ist, ist es doch immer ein bisschen schwierig, aber ich finde es auch kein Riesenproblem von Hecht und Barsch. Ich bin gespannt, was du sagst. Ja, es hat halt so einen Beigeschmack, also es ist jetzt, fand ich jetzt nicht als, als den, den, den Riesenskandal, aber wenn da zum Beispiel ein Gewinnspiel von irgendwelcher Firma gemacht wird, sind Mitarbeiter meistens auch ausgeschlossen und da ist es halt crazy, wenn so viele Bewerbungen reingehen und zufällig, zufällig, jemand aus dem Unterteam PML gewählt wird, also ich bin trotzdem froh, eine Frau, das wird bestimmt cool, etc., ne, aber ich kann einfach diesen Aufschrei verstehen, der da passiert, und, weil es hat einfach einen Beigeschmack, einfach einen Beigeschmack, man kann jetzt nichts beweisen, es kann alles fair abgelaufen sein, es kann alles Zufall gewesen sein, na klar, weiß man alles nicht, ne, aber es hat einen Beigeschmack. Ja, auch die Diskussion, die ich zum Teil wieder mitgekriegt habe, die Leute so, ja, warum haben sie denn kein Voting gemacht, naja, überlegt euch jetzt mal, ein Voting, Alter, okay, der reichweitenstärkste gewinnt, stark. Exakt, also überlegt nochmal, Bravestar wäre dabei gewesen, oder wie noch, Panty oder so, und dann hast du so einen Normalo, der, keine Ahnung, 2000 Instagram-Follower hat, ja, herzlichen Glückwunsch, wird Icy oder Panty, äh, wird Bravestar oder Panty halt, das willst du ja auch nicht, sondern, CWC zahlt, keine Ahnung, ich würde mal sagen, im fünfstelligen Bereich, ich kann mir vorstellen, du hast irgendeinen fünfstelligen Bereich, dass du da antreten kannst, so würde ich es zumindest machen, bei Hecht und Barsch, und bei der Reichweite, die du da generierst, die wird schon, ich weiß nicht, um 10.000 oder irgendwas, die musst du ja finanzieren, und CWC, und das war ja ganz wichtig, die haben ja auch in der Bewerbung gesagt, du musst CWC auch geil finden, also es bringt nichts, wenn dann, wenn dann ich komme, und sage, und übrigens, der Bleak-Chat von LMAB, damit habe ich den riesen Hecht gefangen, das wäre irgendwie dumm, oder, guck mal, der Danny, damit habe ich einen fetten Bass gefangen, also, das wäre mit CWC, glaube ich, nicht so geil, und deswegen wollen sie natürlich einen CWC-Bunch haben, und, und, und wer den Tackle-Talk von, von Eule mitgemacht hat, weiß, dass du natürlich lieber jemanden hast, der das volle Sortiment direkt kennt, und wenn die halt CWC angelt, ist es halt geil, weil sie halt die Köder kennt, das wäre halt. Ja, jetzt wird ja im Chat geschrieben, dass sie genau wussten, was sie machen, das weiß man eigentlich, es gibt keine Beweise dafür, deswegen kann man sowas nicht sagen, ähm, das kann man vermuten, und das ist immer, immer schwierig, deswegen sage ich, dass es kein Skandal ist, weil Hecht und Barsch kann da ja leider auch nichts für, ich glaube, die werden in Zukunft dann auch wieder daran arbeiten, und gucken, fuck, das machen wir auch nicht wieder, aber das ist jetzt echt, irgendwie ein Fettnäpfchen nach dem nächsten, was hier aufkommt, gefühlt, und, und es ist einfach für mich, ein Dilemma, es ist einfach ein Dilemma, ein, hast du Scheiß am Finger, hast du Scheiß am Finger, und dann passiert das einfach. Ja, aber was mich halt zu ärgert, wir haben uns immer gefordert, letztes Jahr haben wir uns auch gefordert, mach bitte eine Y-Card, bitte holt YouTuber oder Influencer mal dazu, und mich ärgert es halt, dass durch so ein Manöver, wir die nächsten fünf Jahre keine Y-Card haben, bei Hecht und Barsch, weil sie sich auch wieder denken, jedes Mal, wenn wir irgendwas machen, kriegen wir Ärger, wir, wir machen, wir machen eine geile Pudi-Collection, kommt der dicke Turkelton wieder, und sagt, ich hätte mir gern ein größeres Logo, sie können es halt auch gefühlt niemandem recht machen, und sie haben halt immer das Pech, sie haben das Pech gepackt, und das ärgert mich, vor allem, was mich hat nur ein bisschen Ärger an der Wahl von ihr jetzt, wenn mir das jetzt die Hintergründe alle erfährt, ich fand halt, von CWC ist eine geile Aktion, weil du dir eigentlich vielleicht ein Teamer holen kannst, das heißt, du kannst vielleicht da jemanden auswählen, der nicht viel Reichweite hat, aber ein cooler Typ ist, überlegt euch mal, Eule hätte niemand entdeckt, das ist ja auch eine Marke, vielleicht hätte es ja auch so ein Instagram-Angler gegeben, und das ist halt schade, dass man durch eine Wildcard vielleicht nicht jemandem eine Chance gibt, Teamer zu werden, das ist das Einzige, was ich gerade finde, dass du jetzt jemanden nimmst, der schon Teamer ist, wäre halt schön gewesen, jemanden zu nehmen, der vielleicht einfach noch nicht das Glück hatte, einen Scheinwerfer auf sich gerichtet zu bekommen. Ja, so eine Losungsaktion mit YPC-Fans, das ist eine gute Idee, das könnte man machen, ne, ähm, ja, ja. Da hast du auch wieder einen Turk, der sich aufhören und sagt, die sind langweilig, weil sie nicht reden, also, du bist ja, und deswegen haben sie Bewerbungsvideos, glaube ich, gemacht, weil es ist schon sehr schwer, wirklich unterhaltend zu sein und gut zu angeln, und da hat man ja auch gesehen, äh, Patrick Marable kommt halt auch zum Teil schlecht an, weil er emotionsmäßig ist, es ist halt auch super schwer, es uns recht zu machen, also nicht nur uns zwei, sondern der ganzen Fischerei-Community, du kannst fast ohne Vorlorbeeren, also so ein Enrico Di Ventura hat halt einfach ein Standing, das funktioniert, aber hast du das nicht, ist es halt echt schwierig, glaube ich, ja, deswegen, keine leichte Aufgabe. Ja, ist ja nicht so schlimm, dann ist ja immer der erste Eindruck, der zählt, den gibst du dann ab, und dann, wenn du Glück hast, kommt der Zweite, was? Genau, noch eine kleine Lanze, bitte hatet die Frauen, ich habe auch schon gesehen, dass die selbst auf die losgeht, die kann doch am wenigsten dafür, die kann doch gar nichts dafür, die hat ihren Traum ihres Lebens, die darf bei so einem geilen Turnier mit den besten Angeln Europas mitwischen, bitte macht ihr das nicht kaputt, und also die kann wirklich nichts dafür und auch Hecht und Barsch kann ich nichts dafür, es hatet von mir auch den CWC-Marketing-Chef, aber auch selbst der kann nichts dazu, hatet gar nichts, einfach lassen, einfach lassen und ertragen. Lass uns einfach überraschen, was bei einem YPC passiert und gut, wir können einfach froh sein, dass eine Frau dabei ist und wir können auch froh sein, dass wir Content umsonst geliefert bekommen mit so einem geilen Turnier, ne, deswegen einfach kein Hate, einfach kein Hate. Und schiert die Frau. Wie gesagt, ich habe ja auf Facebook kommentiert, sie hat gleich zurückgeschrieben, hat sich gefreut, das sind auch einfach ne Angler, ja, das sind, das sind einfach Angler und Anglerinnen, natürlich sind sie irgendwie Teamer, das sind doch auch ganz normale Menschen, die verdienen alle kein Geld mit. Das sind alle keine Mike-Conellis, ich sage das immer wieder, es gibt nur drüber in den Staaten richtige Berufsangler, die mit Turnieren Geld verdienen. Hier sind das Produktentwickler, Leute aus Support, die halt dann auch mal auf ein Turnier gehen, das sind alles keine Rassen-Profi-Mega-Angler, das sind ganz normale Leute wie du und ich, die halt gut reden können und eine Kamera reingucken. Das ist nichts Besonderes und den kann man auch einfach gönnen. Einfach gönnen. Wie nenne ich den Talk? YPC Bass und das Wildcard-Dilemma? Ja. Ja, und dann haben wir das Skandalchen von ZEK und ich weiß nicht, ob ich dazu offene Meinung sagen soll. Nee, das will ich nicht thematisieren, hör auf, das ist jetzt ganz anders. Hallo, hör auf, ich habe die letzten zwei Tage genug mit dieser Scheiße zu tun gehabt und ich habe keinen Bock mehr drauf, Alter. Also ich will einfach nichts dazu sagen, weil was du dazu sagen kannst, ist falsch. Keine Ahnung, ist mir egal. Will ich nichts mehr zu hören. Gut, dann fangen wir an mit der Folge. Leute, YPC Bass, das wäre die Folge noch nicht gesehen. Dann warte ich mal, ich habe sie mir noch gar nicht aufgemacht. Endlich kommen wir mal hier zu den guten Sachen. Ich hole in meinen Kopf diese Woche. Ich habe mich nicht um eine einzige News gekümmert und morgen muss ich Angel-News aufnehmen, weil es einfach so viel gab diese Woche. Das ist unglaublich, Mann. Das ist einfach unglaublich. Nein, ISIS zensiert mich nicht nur. Zumal eine Sache sollte man einfach nicht sagen. Das ist einfach... Genau. Aber lass uns von der Folge reden. Ninti, hau rein, schlaf gut. Ja, warte, ich mache gerade die Folge hier. Ich mache das Scoreboard auf. Also fangen wir mit Mike an, da haben wir es hinter uns. Fange ich heute nicht... Fangen wir mit Mike an, das ist eine gute Idee, ja? Ja. Also, er kann mir... Ich weiß nicht, vielleicht hat er weniger Koffein gehabt. Er war für mich erträglicher heute. Also, sie haben, glaube ich, auch mehr geschnückt. Also, es war ein sehr, sehr schneller Schnitt bei dem Fisch. Fand ich okay. Hat heute viel mehr gepasst. Also, fand ich im Vergleich zu den anderen zwei Folgen wirklich entspannter. Natürlich schreit er immer noch rum. Vielleicht habe ich auch einfach Ohrendruck im Flugzeug gehabt. Ich habe es wahrscheinlich im Flugzeug noch angeguckt, habe es down-geloadet davor. Vielleicht ist es auch anders gewesen auf einem kleinen Bildschirm. Aber es war für mich entspannter. Finde ich ihn gut. Immer noch nicht. Aber ich finde, er hat euch ein paar Sachen erklärt. Das fand ich gut. Das war auch ein paar Sachen, die ich noch nicht wusste. Also, gerade so mit dem Sound und so, die verschiedenen, ja, Top-Water-Köner. Das ist das wichtig. Und deswegen fand ich gut. Was mich verwirrt hat, war, ja, wir machen jetzt Training. Wobei er natürlich auch gesagt hat, ja, sie wollen halt jetzt den Bestand erstmal schützen, dass das ihre Sachen nicht... Aber so ein bisschen FC Bayern-Arroganz-Ding kam schon so raus. Wenn die so nach gefühlt zwei Stunden, wir reiben den einen Top-Water-Fisch, wir gehen es auf Sightseeing-Tour mit unserem Echolot. Das ist Selbstbewusstsein. Also Spencer würde sagen, das ist Bayern-Arroganz. Das sehen wir ja morgen in den Kommentaren. Sonst habe ich nichts zu sagen. Kein großer Hate von mir heute. Also, fand ich in Ordnung. Er hat gefühlt auch nicht so viel gebrüllt. Was ich halt lustig finde, dass er auf den Knien dann den riesen 20-Kilo-Karpfen rausgezogen hat. War halt mal wieder ein bisschen Show. Aber ich fand es heute erträglich. Wie war es für dich? Ja, ich fand den sogar gut, muss ich sagen. Bis auf den einen langen Schrei. Aber da habe ich aber nicht... Ich musste diesmal einfach anfangen zu lachen. Weißt du? Ich musste diesmal einfach lachen, Alter. Aber ansonsten war, wie du sagst, es hat viel erklärt. Ja, man konnte viel lernen. Man hat viel über die Taktik erzählt. Vilari sah super müde aus irgendwie. Als hätten die den Abend davor richtig hart sich einen gegönnt, Alter. Ich weiß es nicht für den zweiten Tag. Aber er sah richtig... Vielleicht auch taub. Vielleicht hat er... Du weißt, die Amis haben es nicht das krasseste Bier in Italien. Auch als... Ich darf jetzt aus Bayern nicht sagen, dass sie gutes Bier haben. Sonst kommen wir in die Fackel und Missgabe gleich ums Eck. Aber vielleicht hat sich auch der Michael richtig einen reingezündet. Und überleg mal, wenn der betrunken ist, wie der schreien wird. Wenn der nüchtern ist, wie der schreit, was heißt, wie er da betrunken ist? Vielleicht wirkt das anders vor ihm. Vielleicht ist er einfach taub. Vielleicht ist er einfach taub. Aber ich fand das cool. Am Anfang dachte ich so, oh, ob euer Plan nicht mal in die Hose gehen könnte, etc. Wenn ihr jetzt nicht weiter darauf versucht, eure Fische zu erweitern. Eurer Plan ging ja auf. Topwater Fisch ging super schnell ans Band. Auch noch ein schöner dazu. Und ja, ey, Lucky einfach. Abu einfach Lucky am Anfang. Und top. Und smart auch. Ja, auf jeden Fall. Kann mich nicht beklagen. Vor allem, sie sind halt wirklich smart, weil sie wissen, mit der Kiloanzahl, die sie jetzt haben, was haben sie, ich muss mal kurz aufs Go-Board gucken, die haben jetzt fast 15 Kilo. Damit wissen sie. Und sie müssen ja nur Top 4 machen. Also das, was sie machen, ist mega smart. Hat übrigens letztes Jahr bei Boat das Ding genauso gemacht. Die sind dann von ihrem Top-Spot weggefahren, dass sie gesagt haben, nee, wir überfischen den jetzt nicht. Wir fahren weg. Also natürlich ist es ein bisschen komisch, wenn uns Zuschauer sagen, dass sie sagen so, ja, wir machen es Trainingstag. Aber es ist einfach taktisch klug. Und da merkst du auch, dass Mike durchaus einfach Turnier, nicht nur erfahren ist, sondern Turnier-Profis. Der weiß ganz genau, was er da tut. Und das muss man auch, wenn wir ihn kritisieren, natürlich auch positiv sehen. Also der weiß, was er tut. Andere hätten dann vielleicht in Ekstase gefallen. Wow, jetzt holen wir noch 5 raus. Aber es hat scheißegal, ob die 16 Kilo haben oder jetzt knapp 15, glaube ich, haben sie. Da habe ich gesagt, ja, knapp 15. Also super schlau, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall. Also mal gucken, wie das am Sonntag weitergeht. Imagine, sie sind am Sonntag wirklich fünfter, Alter. Das ist doch nicht. Also da träume ich einiges zu sagen. Nein, das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Und dann wurde die Raubfisch-Angelwelt gedemütigt. Wir haben ein Raubfisch-Turnier mit den größten Raubfisch-Anglern, die es so gibt. Und dann kommt so ein langhaariger Deutsch-Italiener, der Weltsangler ist und fängt den Rekordbass. Die Angelwelt sollte sich schämen. Die Raubfisch-Angelwelt, dass ein Markus Eule den Rekord bricht. Den wir vor einem Jahr noch, wo wir hier, wo ich mit IC oft telefoniere, und so, oh Gott. Oh Gott, hast du das Video bei ZEC gesehen? Hast du das Trainingsvideo gesehen? Der Markus Eule fängt keinen Fisch im IPC. Hast du gemerkt, wie Johannes es selbst nicht fassen konnte, Alter? Warte, das ist ein Hecht, Alter. Das ist ein Hecht. War auch so groß wie ein Hecht. Also ich wundere mich nicht, wenn nach YPC-Bass die großen Raubfisch-Angler, das sind schöne Enrico Di Ventura und andere einfach ihren Beruf an Nagel hängen und sagt, das war zu eine große Demütigung, dass Markus Eule den größten Bass der Turniergeschichte fängt. Das ist der größte Bass, der jemals beim YPC-Bass gefangen worden ist. Vom Weltsangler. Du kannst dir, und dann, ja, das ist ein schöner Köderfisch. Ich liebe Markus Eule. Man muss es einfach sagen, der Typ, ey, der ist einfach Hammer. So viel Turniergeschichte gab es noch nicht beim YPC-Bass, aber trotzdem cool. Aber es war auch ein awkward Moment, weil ich in einem vollen Flugzeug sitze und einfach losbrülle. Mir war nicht bewusst, dass ich in einem Flugzeug sitze. Und so, yes! Habe ich mal kurz den Mike rausgelassen, ja? Zum awkward sein von allen. Aber der Topwater-Fisch danach von Johannes war auch gut, Alter. Der war auch gut, ey. Und die sagen noch so, und dann verabschieden sie noch, ja, guck mal, wir arbeiten irgendwie mit Crankbaits, ha, 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 ha. Die haben nicht mal richtige Bassköder und holen die zwei Kilo Teile raus. Die haben noch vier Fische offen, ne, zack, und sind nur mit 80, 800 Gramm zurück. Ja. Und die 800 Gramm 13-Fishing hat eine Fullcard bisher noch. Da ist noch alles drin. Da muss nur ein Kilo Fisch kommen oder die können locker in die Top 4 kommen. Zack, locker in die Top 4, ne? Ja, ja. Darf ich, glaube ich schon. Also ich, 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 tu mich schwer, weil du hast halt, ähm, Platz, ähm, drei bis, ähm, bis, äh, fünf sind halt so ein bisschen Kilo oder so. Also es wird schon spannend. Also Zack hat halt den Vorteil, die haben noch nicht das Extra-Kilo für den Top-Water-Fisch. Der fehlt ihnen noch. Der ist wichtig, dass sie das Extra-Kilo kriegen. Ja. Dann wären sie schon, also wenn sie jetzt nur einen Top-Water-Fisch fangen, egal welche Größe, sind sie gerade dann über, über 13-Fishing. Ähm, also wie gesagt, sie müssen da halt Kilo-Fische angeln. Wenn sie jetzt Kilo-Fische angeln und irgendeine Art 600-Gramm-Top-Water, dann sind sie, dann sind sie safe. Wobei auch Mobi-Soft-Baits halt auch nicht weit dahinter ist, muss man sagen. Nee, das stimmt. Weil Westin, ich weiß nicht, was die da machen. Ich, ich weiß nicht, wie viel Pech, also ob die so viel Pech haben oder ob es Unvermögen ist, ich, weil, weil die haben ja wirklich, die tun mir auch leid, also die tun mir wirklich leid. Ja, das, 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 das stimmt, ey. Ja, das stimmt. Aber weißt du, das war, das war letztes Jahr mit Redfin genauso. Die hatten auch, da ging nichts für Redfin. Und Redfin hatte dann auch noch Kenny Yobi mit am Starten, all so ein Kram, ne. Und da ging nichts, ey. Das ist dann einfach manchmal so. Das ist einfach dann super eklig. Aber mal gucken, zweite Hälfte des Tages. Ich hatte mir bei Westin sogar noch aufgeschrieben, dass sie da gesagt haben, dass heute die Jerkbaits besser klappen als gestern die anderen Baits. Und da ist mir nochmal aufgefallen eigentlich, wie verrückt Fische eigentlich sind, ne. Heute reagieren sie auf die Köder auf diese Art und Weise richtig krass und morgen wieder auf eine andere Art und Weise von Ködern. Das ist so, so krass wie wählerisch die sind einfach. Das ist, wie soll ich das vergleichen? Mit unserem Appetit auf irgendwas oder sowas alles, der auch jeden Tag unterschiedlich ist. Aber es gibt einfach kein Rezept, was immer funktioniert. Das war so spannend, oder? Ich habe ja die Vermutung, das liegt auch daran, glaube ich einfach, dass dieser See massiv überfischt ist. Also nicht überfischt, dass sie den leer machen, sondern das ist halt ein Angeltouristengewässer. Das heißt, da sind super viele Dinge und ich glaube halt schon, jetzt fangen wir mit der Diskussion an, wie viele Fische verstehen und checken. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die irgendwie, wenn sie hundertmal den Köder reinpassen und irgendwann merken, dass sie vielleicht deutlich auf alles draufgehen und scheuer werden. Und das erklärt für mich auch, warum zum Beispiel gerade Zeck solche riesen Fische gerade fängt. Weil ich glaube, diese Zeck-Köder fischt da einfach kein Mensch. Ich glaube, das wird auch was Ausschlaggebendes. Die kennen diese Art von Köder, hat absolut, ich möchte Zeck dann natürlich irgendwie negativ darstellen, aber ich glaube halt einfach, dass der Danny kein Black-Bass-Köder ist, der irgendwie da läuft oder verkauft wird. Sondern ich glaube, das ist halt was, was sie noch nie in ihrem Leben gesehen haben und deswegen vielleicht draufgehen und all diese typischen Plopper und Wopper-Plopper vielleicht schon irgendwie kennen, weil das halt wahrscheinlich da die ganze Zeit gang und gäbe ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber vielleicht kann auch das ein Thema sein. Kann auf jeden Fall sein. Das ist alles ausschlaggebend. Und es könnte alles möglich sein. Man kann es halt nicht, wie gesagt, es gibt einfach kein Rezept, was komplett immer funktioniert. Was mir gerade noch einfällt, das habe ich vergessen noch zu sagen, zu Mike und zu seinem Kollegen. Was mich nur irritiert hat, der Italiener ist doch Guide auf diesem See. Ja, genau. Warum kartografieren sie dann gerade das Gewässer? Weil der müsste doch eigentlich einen Echolot haben, das den kompletten See einmal mit gescannt hat. Also eine ganze Gewässerkarte kartografiert hat. Warum machen die das jetzt? Weil ich hätte erwartet, wenn er da Guide ist, dass er dann eine komplette Karte hat. Das hat mich irritiert. Ja, das heißt, wie soll ich dir das beantworten? Kann es sein, wie die Krautbänke, dass die Krautbänke halt wandern? Ich habe nur mögliche, ja, die Krautbank steht ja häufig auch immer woanders etc. Und ich habe gesagt, dass sie halt nur nach den Krautbänken gucken und dann schauen, wo stehen die Fische. Wie hoch ist die Kraut, die Krautbank und sowas alles. Und du kennst das ja beim Meer. Wasser ist immer in Bewegung. Genau, Lukas sagt gerade, Kraut wandert. Okay, da macht es für mich Sinn. Da geht es nicht um die Tiefen, sondern wirklich sozusagen um die Krautfelder, weil da halt die Bestes sind. So wandert es. Oh. Nicht Ankerkraut, Wanderkraut. So sieht es aus, ja. Zum Glück, Alter. Wanderkraut von Nestle, Alter. Junge, Alter. Auch, auch kein Thema, das wir jetzt besprechen. Wir machen heute viel zu viele politische Themen. Oh Gott, Alter, bitte nicht, ey. Hast du den Topwetter-Köter gesehen bei 2027, wie er schön in die Luft geflogen ist, Alter? Nee, warte. Digga, ich habe doch, du guckst das. Ich habe in die Kommentare durchgeguckt, da war nichts von 2020. Nee, 2027. 2227. Das war nicht Kommentar, das war ja was Positives. Als wenn in den Kommentaren irgendwas Positives steht. 2226, sagst du? Mach mal 2226 und dann guck dir mal die Szene an, wie der Topwetter-Köter abgeht, Alter. Deine Augen, Alter, Junge, wie das Samstag. Das springt nix. Ich sehe nur hin und her schwimmen. Alter, Lukas, geil, Alter. Der springt gleich. Dann mach ab 22.20. Super. Der springt gleich. Sie gehen nur so hin und her. Ja, jetzt. Ah, jetzt, ja. Hast du gesehen? Alter, geil, oder? Junge, Alter. Der hat einen Bass gemacht, war ein Bass-Sprung. Krass, oder? Krass. Krass. Wie fandst du die Länge heute? Ich fand's super angenehm mit 49 Minuten, Alter. Ich fand's nicht so gut, weil ich musste noch 10 Minuten was anderes gucken im Flugzeug. Was soll denn das? Ich musste es nicht genauso lang wie mein Flug. Was soll das? Ich fand nur mein Nachbarn so cool. Ich glaub, der hat auch noch nie jemanden gesehen, der ein Angelvideo anguckt neben sich. Also ich musste immer auffallen negativ, ja. Hat sich für mich auch nicht wie eine Filler-Folge angefühlt diesmal. Allein auch wegen den Highlights, ne? Capture, wegen dem Rekord und all so im Kran. Aber diesmal echt cool. War diesmal echt cool. Hat mir alles ganz gut gefallen, ne? Wie gesagt, auch bei Mike, ich glaub, er hat immer wieder 10 Minuten aus dem Wasser gehabt. Aber ich fand's halt cool, dass die Szene halt nur 10 Sekunden gedauert hat. Also ich find's auch gut, dass wir mal längere Sachen einfach gut cutten. Also ich fand den Cut heute wirklich top-notch. Musik, muss ich sagen, ist mir nichts in Erinnerung geblieben. Das gefühlt ist auch wenig Musik, ne? Also was wir beim Bank gewöhnt sind, ist gefühlt nicht so... Boah, am Anfang war keine Musik da, ne? Vielleicht hat's deswegen auch so schön ruhig gemacht mit Mike. Vielleicht war das einfach Strategie. Bring Ruhe rein. Bring Ruhe rein. Der Mike-Szene. Nee, aber ich muss sagen, ich war sehr zufrieden. Und ich hab das Gefühl, und das muss man auch einfach mal bei Hecht und Barsch fragen. Ich hab das Gefühl, dass sie nochmal neu gecuttet haben. Weiß ich nicht. Weil bei mir kommen die Folgen jetzt schon nochmal top-notch vor. Also irgendwie das so... Oder es hat einfach ein anderer Cutter. Also es kann einfach sein, dass die Cutter einfach unterschiedlich cutten. Aber ich hab an dieser Folge... Und das will was heißen bei Miami-Turkelton. Ich hab echt nichts zu bemängeln groß. Ja, ist doch was Gutes. Freu dich doch. Es war doch so ungewöhnlich. Dicker. Wir haben schon genug bemängelt heute die ganze Woche, Alter. Reicht mit bemängeln. Ich will positive Sachen. Okay? Ich hab keinen Bock mehr. Ohne Witz. So. Damit bannen wir den Talk. Schön. Wir haben nichts zu bemängeln. Wir freuen uns auf Sonntag. Sonntag können wir uns treffen oder was? Ich bin da. Ja, klar. Wie fuhr? Keine Ahnung. 22.30 Uhr oder so. Gibt es wieder Streamen und so. Also von dem her. Okay. 22.30 Uhr muss passen. Okay. 22.30 Uhr machen wir wieder so. Ne? Ist ne gute Sache. Ist ne gute Sache. Leute. Ist ne gute Sache. 20 Uhr. Dicker. Da hab ich nicht mal angefangen mit der Folge. Wann kommt die am Sonntag? Um 18 Uhr oder um 20 Uhr? Um 18 Uhr. Ich hab auch wieder voll blöd am Flughafen geguckt. So Punkt 18 Uhr. Yes. Ich kann mir vor meinem Flug die angucken. Und dann bin ich mir so... Oh scheiße, das sind wieder die Unterwochenfolgen. Die fangen wieder um 20 Uhr an. Und ich... Das muss ich mir doch erzählen kurz. Und wir haben um 20 Uhr Abflug gehabt. Und ich so... Die Stewardess kommt so, schaut immer so... Wer hat noch ein Handy an? Wer hat... Und ich downloade so über Google Prämie... Über YouTube Prämie und die Folge so seitlich weg. Das Ding schon auf der Rollbahn. Denk mir so... Nicht, dass das Flugzeug abstürzt. Und dann hab ich bei 75% gestoppt. Und weißt du, was geil war? Bis 75% war genau das, wo die nochmal den zweiten Best fangen bei ZEK. Danach war auch so... Nein! Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Chat, ich bedanke euch, dass ihr da gewesen seid. Vielleicht machen wir das mal wieder. War ganz angenehm. Und... Törketen, die letzten Worte... Ne, warte, 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 was ihr seid. Dickes Petrin, das Allerwichtigste bleibt gesund. Und die letzten Worte hat mein Freund Törketen. Leute, Sonntag wird geil. Schaltet wieder ein, wenn's heißt. YPC Talk. Kommt Mike Connelly weiter, oder nicht? Ciao. Toll weg ist er.